Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Wir öffnen die Tür. Das hat eben schon gespeichert. Wer ist das denn? Wer ist das? Wir werden es sehen. Werden wir geprüft? Ob wir uns als würdig erweisen? Eww, Aschegeist. Oh, an die erinnere ich mich noch. Wann nicht total schrecklich, ätzend. Oh Gott, na super. Geht schon los. Ich sehe nichts, Aschegeist. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Okay, warte, Moment, Moment, Moment. Einmal. Zweimal. Kann der mal aufhören, hinter den herzulaufen? So, das ist er. Das habe ich nicht gesehen. Kultistenmagier. Ich habe den Kultistenmagier nicht gesehen. Das war dumm. Alistair, es tut mir leid. Ist das alles? Nein, 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 nein. So, den haben wir. Der Aschegeist ist erledigt. Sehr gut gemacht. Alistair, du bist klasse. Und jetzt noch die Bogenschützen. So, der liegt. Das sollte kein Problem sein. Und das auch. Wie der wieder steht. Angriff! Wir schaffen das Kopfschirm. Okay, der ist down. Und wir leben. Wow. Okay. Wundumschläge, das ist hervorragend. Denn ich glaube, hier kommt noch einiges auf uns zu. Ist hier noch was? Nein. Oh, ich glaube, wir waren hier schon mal. Kann das sein? Das kommt mir so bekannt vor. Ist das nicht so halbwegs kurz der Punkt, kurz davor, wo der Punkt war, wo mein Speicherstand plötzlich weg war? Feuerstelle benutzen. Das heilige Feuer. Okay, wir haben es entzündet. Wir öffnen die Tür. Und gehen weiter. Da ist ein... Das sind zwei Ballisten. Ich würde, glaube ich, mal eben sagen, die anderen beiden aufhalten. Ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann... Warte, stopp, stopp, stopp. Geht das? Ach, komm, draufge... Ich dachte, das wäre eine Falle oder sowas. Nein, die ist noch nämlich verlangsamt. Und eine Falle ausgelöst. Liliana? Eine Falle. Ja. Direkt vor uns. Eine Falle. Direkt vor uns. Und die bitte, bevor ich da reintrete. Da ist noch ein Teller Eisen. Die anderen Fallen habe ich natürlich jetzt ausgelöst. Das war dumm. So. Ähm. Komm schon mal. Beim Erbauer. Natürlich. Ja, bitte. Dann haut es so... Hast du mal so lange ausgenockt, wenn man diesen festhaltenden Schuss hat? Wie du willst? Natürlich. Wie wir wünschen. Soll ich auch noch nicht davon. Gut. Wir haben es. Sehr gut. Habt ihr irgendwas dabei gehabt, was wir gebrauchen? Ja, Wundumschläge. Sehr gut. Das ist gut. Prima. Ja, die Ballisten sind nur interessant, wenn man die dann nach vorne hingelockt hätte oder sowas. Ansonsten bringt das natürlich herzlich wenig. Ein kurzes Rollsband. Entschuldigung. Wie ihr wünscht. Okay. Nein. Oh Gott. Es kann nur einen Zieger geben. Das wird er nicht. Stimmt. Jetzt wird es los. Okay. Knauf, start. Das sind unwahrscheinlich herzlich wenig. Das hat er ausgepackt. Ach, das hat er ausgepackt. Wen haben wir da? Da ist schon wieder ein Magier. Ich hasse es. Ich will den Aschegeist aber jetzt auch nicht. Aber der Magier, der muss... Der muss weg. Oder die Magierin. Ist mir egal. Hallo? Nicht die Tür. Komm, der ist sowieso auf mich. Oh nein, 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 nein. Ähm, Wen? Ja. Wen ist tot. Verfluchter Mist. Wen ist tot. Halt. Scheiße, nein, nein, nein. Ich bin da auch tot. Ich bin auch tot. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ich schaffe es auch nicht mal, mal den Magier anzugreifen. Das war's. Okay. Liliana ist auch tot. Ich habe gar nichts mehr. Schauen wir es mit Alistar. Ich weiß es nicht. Alistar ist auch verletzt. Das kommt noch dazu. Ich habe gar nichts mehr. Wer hat denn die ganzen Mächtigen... Wer hat denn die... Bitteschön, die ganzen Mächtigen... Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Kommt mit. So machen wir das nicht nochmal. So, pass auf. Ihr bleibt. Hm, naja. Vorsicht vor den Dämonen. Hm. Du nicht, Fräulein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich verfehle die komplett mit allem, was ich habe. Ich sehe nichts. Süß, ich habe eigentlich auf... Dings gestellt. Wenn ich sterbe... Ich sterbe gerade. Ich habe eigentlich das Halten gelöst. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Und warum renne ich jetzt weg? Okay, sie ist down. Alles klar? Ähm. Ich kann natürlich... Durch die Wand kann ich keine Heilung machen. Äh, komm. Dann mach Gruppenheilung. Ist jetzt egal. Dann macht sie wenigstens auf alle. Bist du nicht. Das sollte kein Problem sein. Es kann nur einen Sieger geben. Hau den Aschegeist bitte um. Bitte, 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 bitte. Beim Erbauer. Komm schon. Nein. Gruppenheilung, jetzt lohnt es sich. Okay, der Aschegeist ist down. Jetzt hauen wir den hier um. Nein. Oh, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Wer ist das? Okay. Ach, ich liebe es, wirst du ihren Humor hier nicht verlieren. Schön. Okay, wir haben da hinten noch. Warte mal. Den Spaß würde ich mir jetzt gerade mal eben gönnen. Ja. Sehr gut. Oh, jetzt hat er das gleiche gemacht. Ich hasse es. Der hat genau das gleiche bei mir gerade gemacht. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Toll, ich komme nicht weg. Ich wollte ihn doch eigentlich festhalten. Okay, so, jetzt wird es mal gelootet hier. Mann, Mann, Mann. Natürlich. Wenn ich zwischendurch ein bisschen ruhiger werde, es ist schon relativ spät. Und von daher will ich jetzt auch nicht mehr so viel rumbrüllen. Da ist noch eine Tür, da sind auch noch Gegner hinter, aber wir gucken trotzdem erstmal hier. Da ist noch eine eiserne Truhe. Die können wir auch öffnen. Alte Elfenhandschuhe und Bänderrüstung. Können wir erstmal alles mit. Ich dachte jetzt, der Altar hier wäre ausschlaggebend, aber anscheinend noch nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Auch noch eine Tür. Wahrscheinlich mit Gegnern dahinter. Aber gut, fangen wir an. Na toll. Liliana ist noch nicht im Visier. Widerstanden, sehr gut. Das hält aber nicht lange vor, das Widerstehen. Das ist das Problem. So, pass auf. Das ist mir doch egal, was du da machst. Komm schon, wir bearbeiten erstmal sie hier. Du lädst hier keinen Zauber mehr auf, Fräulein. Ich liebe Unbezwingungen. Und du machst auch nichts mehr. Und du lässt Wind in Ruhe. Und das war's. Ein Spitzentrupp. Sehr gut. Oh, schön. Wundumschlag. Da ist die Magierin. Ja, gut. Auf die Kohle könnte ich jetzt auch verzichten. Schöner wäre jetzt irgendwie Elfenwurzel oder Wundumschläge. Was ist das? Uuuuh. Uah. Einer von uns beiden übersteht das hier nicht. Das werde nicht ich sein. Ja, gut. Ich muss trotzdem alle Truhen ausprobieren. Auch wenn's wahrscheinlich dumm ist, aber... Gut, fangen wir an. Denk mal, das kriegen wir hin. Na komm. Mhm. Du wolltest es so. Heißt ja auch, dass wir dann Erfahrungspunkte bekommen und leveln können. Und wir kloppen die eigentlich relativ gut weg, die Aschgäuze. Den haben wir. Den haben wir auch. Noch eine Truhe. Na. Ja, es ist so unerfreulich. Äh, Wynn. Es ist so unerfreulich. Schön. Äh, Wynn. Kann ich jetzt gerade gar nichts machen? Warum kann sie jetzt gerade nichts machen? Ach, sie liegt am Boden. Hab ich eben nicht gesehen. Verdammt. Oh. Wynn, schieße sie auf. Bitte, 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 Wynn. Und geh bitte. Ich bin jetzt du. Ah, du hoffnig, Freundchen. Shit, ich muss Wynn weiter wegschicken. Und da ist er. Und da anher. Wynn. Einmal da hin. Wynn. Also ich krieg den dann natürlich nicht, ne? Weil der ist ja voll hinter ihr her. Okay, Wynn. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen sind. Einmal hinter mich, bitte. Die anderen beiden kommen schon klar. Wir haben hier den stärkeren Aschegeist. Das sollte kein Problem. Ja, schmetter du mal. Ich will den einmal rüberziehen. Gut, fangen wir an. So viel dazu. Ach komm, jetzt ist sie schon mal da drin. Es tut mir leid, Alistair. Ich kann jetzt nichts machen gerade. Gruppenheilung ist es schon fast zu spät. Ich weiß nicht, ob ich Liliana jetzt noch retten kann. Nein. Kann ich eindeutig nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir das schaffen. Okay. Einmal Regeneration. Nein, ich wollte gerade unbezwingbar machen. Aber sie heilt mich auch gerade gut. Komm schon, den haben wir gleich. Sie macht wieder Heilung. Sehr gut. Der ist da unten. Oh, das war doch auch noch ein Großteil. Das habe ich nicht gesehen. Unbezwingbar drauf. Sehr gut. Komm schon. Komm schon. Okay, wir haben sie. Yeah. Das ist nicht ohne hier drin. Dann holen wir erstmal eben Liliana wieder. Nein, das ist schon gut. Ihr habt das toll gemacht. Das war vielleicht auch noch ein bisschen zu viel verlangt. Ich bin dran. Gut. Ich muss jetzt so Truhe aufmachen. Ich habe Angst, dass wenn wir hier wieder... Dass ich sie jetzt einfach... Die ist verschlossen. Hier bin ich. Das war wahrscheinlich die einzige, die harmlos gewesen ist. Okay. Na gut. Wir haben es ja trotzdem geschafft. Aber es war doch vielleicht ein bisschen... Aber war mir jetzt nicht so bewusst, dass da immer mehr kommen. Und dann auch noch so starke. Stopp. Das sind Kultisten. Okay. Warum leuchtet der so? Wahrscheinlich hat er irgendwie nur was aktiviert, gerade bei sich, ne? Na komm. So. Auf die Bogen schütteln. Lass mich mal durch hier. Oh nein, betäubt. Also weißt du. Wir müssen kämpfen. Sehr gut. Jetzt bin ich schon wieder betäubt. Liliana wäre ganz gut, wenn du vielleicht von hier aus weiter angreifen könntest. Das wäre ganz toll. Jetzt wird es lustig. So, jetzt reicht es ja aber. Ich zuerst, mein Freund. Jui. Okay. Jetzt sagt er dir was Brauchbares dabei hat. Geld. Na gut. Sonst nichts. Kein Buch. Kein gar nichts. Liegt doch so viel rum. Kein Wissen, was wir sammeln können. Lindwurmhort. Das kommt mir tatsächlich jetzt gerade bekannt vor. Ein Lindwurm. Das sollte kein Problem sein. Ich weiß nicht, Lissi. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wir werden es sehen. Huch. Ich glaube, ich habe die Qualität so hoch geschraubt. Da geht es wieder raus, hm? Ja. Ich überlege gerade. Da durchlaufen. Aber ich glaube... Sehr gut. Halt. Kultisten-Aufseher. Den schnappen wir uns als erstes. Es reicht. Der Blutrausch hilft dir auch nicht mehr. Gut, ich hole den Rest, der noch da steht. Achso, der kommt schon vor alleine, der Rest. Okay. Ich bin zufrieden. Die Frage ist, sollten wir da jetzt schon mal durch? Verfallener Tempel? Nein, wir gucken erst mal, was hier auch noch auf uns wartet. Aber hier geht es auch noch weiter. Wie ihr wünscht. Gut, fangen wir an. Sei vorsichtig. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich besuchen kannst. Ja gut, ist ja mal so, ne? Vier gegen einen. Sonst war hier nichts, okay. Magier. So, kommt mal, bringt euch mal hier ein bisschen in Position, bitte. Halten. Halt. Kann Liana mal eben einmal den festhaltenden Schuss auf ihn machen? Ich bin soweit. Mach mal bitte. Ach, jetzt kann ich gerade wieder nichts machen. Aber ja, auch nicht so viel. Das ist noch eine Magierin, ne? Ja. Ich kann gerade nichts machen. Bin. Mit dem Akran-Golzen. Danke. So, ja, ja, ja. Da ist aber noch ein Magierin. Das ist nicht das Problem. Warten wir mal eben ganz kurz. Kurz erholen. Die andere haben wir noch nicht angezogen. Okay. Dann holen wir uns jetzt die andere. Komm. Und das war's mit dir, Fräulein. Gut. Okay. Holzgäste? Schuppenrüstungsstiefel. Da geht sonst nichts. Nee. Das sieht nur so aus. Oh. Eja, spitze. Was haben wir denn da? Das sind alles Plünderer. Okay. Okay. Gut, fangen wir an. Ich versuche gnädig zu sein. Ich versuche gnädig zu sein. Ich versuche gnädig zu sein. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ach, der nächste. Vermutlich ist wir bald doch eine Lösung. Zumindest manchmal. Ja. Bin ich das manchmal, ne? Der Erbauer schützt uns. Gut haben wir. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Wundumschlag. Das ist gut. Gut. Gut gemacht. Ich glaube, wir werden die noch sehr, sehr brauchen. Großer Fehler auf der Geistkristall. Warte mal, da geht es doch weiter. Verdammt. Ich glaube, da geht es weiter. Und ich weiß auch, oder ich meine noch zu wissen, was da noch alles kommt. Das ist, glaube ich, ziemlich weitläufig hier. Ich würde aber ganz gerne mal eben gucken, was da ist. Im vorfallenden Tempel. Wir sind bei 28 Minuten und würde ich fast sagen, wenn jetzt hier nichts passiert. Nein, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch das hier.